Was hast du? Echt, wie man das selbe mit einem Programm. So, fangen wir an, ne? So, machen wir weiter, ne? Hattet ihr eine angenehme Pause? War die so, wie ihr euch die vorgestellt habt? Ich war ja unten im Backstagebereich. So, seid ihr Freundinnen? Bitte, bitte? Sag mal, Hansi. Kann das sein, dass du wegen dem Eis isst, weil du gestern kein Eis gekriegt hast? Ja, wirklich ja, ich mag kein Eis.